Herzlich Willkommen, ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf unserem Messestand auf der Medica in Düsseldorf. Wir sind die Hochschule Niederrhein mit Standorten in Mönchengladbach und Krefeld. Wir sind die fünfgrößte Fachhochschule in Deutschland bzw. die zweitgrößte in Nordrhein-Westfalen und haben etwa 14.500 Studierende, die sich auf zehn Fachbereiche verteilen. Sie können alle Studiengänge bei uns sowohl in Teilzeit- als auch in Vollzeitform studieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Bachelorstudiengänge als duales Studium durchzuführen, das heißt mit einer Ausbildung zu verbinden. Unsere bislang etwa 700 Absolventinnen und Absolventen arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen im Gesundheitswesen. Viele von ihnen arbeiten in Krankenhäusern bzw. in der gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung. Einige arbeiten für Beratungsunternehmen oder in der Pharmaindustrie, bei Einkaufsgemeinschaften, Versandapotheken, bei Medizingeräteherstellern oder auch in Software-Systemhäusern. Ich darf nun ganz herzlich begrüßen Frau Kim Becker. Frau Becker studiert bei uns eHealth. Besonders gut an dem Studiengang eHealth gefällt mir, dass wir in den Vorlesungen in kleinen Gruppen arbeiten. Dadurch haben wir eine sehr gute Kommunikation mit unseren Professoren. Durch Mitarbeit und Mitwirkungen in Forschungsprojekten an unserer Hochschule konnte ich bereits einige Erfahrungen sammeln und auch Studieninhalte wiedergeben in dieser Praxiserfahrung. Und ich fühle mich allgemein, wenn ich mit meinem Abschluss fertig bin, gut auf den Berufseinstieg vorbereitet. Ich darf nun ganz herzlich begrüßen Frau Nguyen Erkan. Frau Erkan ist Studentin bei uns im Studiengang Healthcare Management. Meine Interessen wurden in der Vorlesung im Modul Qualitätsmanagement und Risikomanagement geweckt. Und ich möchte im Anschluss im Krankenhaus später im Qualitätsmanagementbereich aktiv sein und natürlich meinen Master im Teilzeit belegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Ihr Interesse habe wecken können. Wenn Sie Fragen haben, so steht Ihnen ein größeres Kompetenzteam zur Verfügung. Melden Sie sich gerne bei uns. Ich würde mich sehr freuen, Sie als Studierende bei uns im Fachbereich in den nächsten Jahren begrüßen zu dürfen.